ja hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen review zu nxt takeover brooklyn 4 dies findet ja am 18 nachten 2018 im barclays center in new york city new york statt und ich habe ja gesagt ich bin ja wie ihr wisst momentan im urlaub und habe ja gesagt eventuell wenn mir die show gut gefällt und ich lust gerade in dem moment habe und auch die zeit würde ich auch eine kleine review aufnehmen und ich habe mir gedacht ich habe ja nxt takeover live gesehen bin wach geblieben und habe dann gesagt komm guckst du trotzdem mal an und ich kann so viel schon mal sagen es hat sich gelohnt ich werde natürlich nicht ganz so ausführlich gehen jetzt in die matches oder beziehungsweise in die show ich werde da nur meine meinung dazu abgeben so emotionen bisschen so man kann so ein bisschen sagen es ist so mehr oder weniger die live wieder obwohl man sagen muss hier in dem sinne es sind ein paar stunden vergangen also ist jetzt nicht so dass jetzt sagen wir ich nehme es jetzt direkt danach auf sondern es sind schon ein paar stunden vergangen aber ich habe mir gedacht trotzdem mache ich es mal wir werden ja auch eine podcast über darüber machen aber erst wenn ich aus dem urlaub zurück bin also ende august anfang september ungefähr je nachdem genau ist ja auch gleichzeitig auch eine premiere für mich und zwar ich habe zum ersten mal nehme ich im ausland auf also ich habe ja sonst eigentlich alle videos habe ich also ziemlich zu hause gemacht aufgenommen und alles pc laptop und jetzt nehme ich mal nicht von zu hause auf ist ja auch für mich was ganz neues aber für alles gibt es ein erstes mal und ja ich wollte eigentlich auch draußen vom balkon aufnehmen aber es ist zu windig also ihr wird die ganze zeit windgeräusche hören ich habe so ein bisschen versucht zu testen ob ich von euch von draußen mal aufnehmen kann wäre auch was ganz schönes aber es war einfach zu windig und das wäre für euch vielleicht jetzt nicht so schön zuzuhören in dem sinne ich wollte eigentlich auch oben auf dem berg sitzen oder so aber da ist es ja noch schlimmer von da habe ich gedacht komm setze ich einfach in meinem zimmer und nehme es da quasi auf ja angefangen hat es mit der show und zwar mit dem nxt tagteam title match und unspirit error gegen mustash mountain ging ja 18 minuten lang und das war ein sehr sehr geiles match sie hatten ja ein sehr sehr geiles tagteam match gehabt was ja melzer fünf sterne gegeben hat vor paar wochen bei nxt was ich ja vier dreiviertel gegeben habe und ich würde auch hier wieder so also nach momentanen stand viereinhalb bis vier dreiviertel geben ich werde mir für meine endgültige wertung wie gesagt werde ich ja in der review das machen da ich dann mehr zeit zum überlegen habe diesmal ein bisschen länger als sonst aber ich würde momentan sagen viereinhalb bis vier dreiviertel waren sehr sehr starkes match man merkt einfach beide teams funktionieren einfach zusammen super sie haben eine sehr sehr geile chemie zusammen sind auch vom tagteam also sowohl roderick strong und kyle o'reilly als auch tyler bade und trend7 die beiden tags haben ineinander also zusammen gute chemie also kyle und roderick strong haben eine super chemie als auch mustash mountain das ist sehr sehr geil waren noch beide over as hell also sehr 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 geil und am ende gewann die anders wird er nach dem sick kick black sweet combination und ja o'reilly beziehungsweise anders wird er haben die titel verteidigt ja ich kann damit leben also ich jetzt auch mustash mountain gegen weil ich mag die beiden ja gerade tyler bade den finde ich ja super gerade wenn man einfach hier sieht wie gut der einfach ist also unfassbar der typ ist jetzt ich meine jetzt 21 21 und wie gut der jetzt schon ist also unfassbar also das ist so ein typ wenn er sich so weiterentwickelt also der also eigentlich kann er sich nicht mehr weiterentwickeln der ist ja wirklich out of this world sagen wir es mal so aber gut soviel zu dem match kommen direkt zum zweiten match des abends und zwar velveteen dream gegen ec3 würde ich jetzt persönlich sagen war das schlechteste match am abend war jetzt nicht schlecht aber wenn ich jetzt die anderen matches vergleiche war das jetzt so das schlechteste match am abend was wir auch in der preview so vorhergesagt haben dass es eventuell das schlechteste match am abend sein kann und ja war auch trotzdem gutes match haben beide gut harmoniert ähm endspot war ja so ziemlich ähm death worlddiepe driver auf den apron mit purple rainmaker und velveteen dream gewinnt hat jetzt auch mal wieder einen sieg bekommen ich habe eigentlich eher damit gerechnet dass er jetzt wirklich ec3s erster singles match bei nxt ist also bei takeover und wie gesagt takeover brooklyn ist ja so ziemlich die wrestlemania von nxt ähm ja dass er eventuell ec3 gewinnt aber welveteen dream hat gewonnen ich kann damit leben freut mich für ihn wie gesagt ist super hat natürlich ähm ich meine hat irgendwie äh auf seinen rücken also auf sein auf seine hose am arsch gehabt call me up wins wo ich auch denke alter welveteen dream ist aber auch genial würde denke ich will es nichts dagegen haben weil ich sag mal klar hat triple h die hand aber ich glaube winz selber sitzt da auch und ich sag mal wenn ein triple h das durchwinkt dann wird ja winz da auch nichts dagegen haben in dem sinne aber fand ich mal sehr sehr lustig also er wird den dream mit seiner kleidung jedes mal ist wirklich immer der hammer ich weiß nicht ob ich sonst so was gemerkt habe ich guck mal gerade am bild sehe ich jetzt nicht direkt aber auf jeden fall sehr sehr schick danach wurde eine neue verpflichtungen bekannt gegeben und zwar matt riddle ich kann zu ihm jetzt nicht viel sagen also ich weiß zum beispiel dass er mich ja ihn sehr sehr geil findet ihn abfeiert deswegen wird er wahrscheinlich auch in der review ihn schön loben und so weiter aber ich kann zu leider zu ihm nix sagen ich kenne nicht wirklich ich glaube meiner war mma war im bereich und ja gut logischerweise auch wrestler und ich glaube bei ihm war sogar das problem dass er jahrelang wegen sein weil er cannabis zu sich nimmt also cannabis raucht dass der dbw da was dagegen hat und anscheinend haben die da irgendwie ein kompromiss gefunden oder matt riddle hat aufgehört in dem sinne und deshalb kann er da jetzt auch bei dbw arbeiten und wird auch denke ich auch bald bei nxt am start sein mal gucken wie sein weg ich kann leider nicht sagen wie gut er im ring ist das werden andere beurteilen bc ihr könnt gerne die kommentare schreiben wie gut er ist und ja wird sehr interessant sein dann kommen wir direkt zum dritten match und zwar das nxt north american match und zwar sind north american title match ich merke schon ich habe paar tage lang nicht nicht viel resting geschaut aber gut aber dafür nxt nxt north american title match und zwar adam cole champion gegen ricochet gegen eine viertelstunde lang und das waren sehr sehr geiles match also ich fand das war super beide waren hofer das war aber auch klar mehr oder weniger zwei phases obwohl adam cole mehr oder weniger heal ist aber trotzdem abgefeiert wird wie sonst was hat man auch gerade beim letzten event gesehen auch wenn er kein match bestritten hat bei chicago aber an der spirit era sind einfach geil und wenn auch zu recht abgefeiert sehr sehr geiles match habe ich in erinnerung also es war richtig stark schöne action ricochet ist wirklich also unfassbar der typ also ich habe schon einige sachen gesehen aber wenn man die sachen die er macht live sieht dann denkt man auch so wie macht er die aktion wie macht er die aktion wie macht er die aktion also unfassbar also ich bin froh dass er jetzt mittlerweile der WWE ist muss ich ganz ehrlich sagen war ja auch früher bei lucha underground als prince boomer ist ja auch in den indies aktiv war ja auch ziemlich erfolgreich meiner meinung nach oder so wie ich das so mitbekommen habe also ich würde jetzt nicht sagen dass er jetzt nichts gerissen hat in den indies aber das können ja andere leute eher beurteilen als ich aber nur noch mal was ich gehört habe war sehr sehr geil schönes storytelling auch so die end sehen oder teilweise auch geile sequenzen mit den kicks oder dieser super kick nach diesem mund soll der war sehr geil als auch Ja die super kick sequenz oder auch wo Adam Cole ausgewischen aus dem 630 meinte er er ist smart Kommt ricochet macht diese hurricane runner dann die 630 und dann gewinnt er tatsächlich dieses match neuer NXT North American Champion Ricochet hat den titel jetzt gewonnen Freut mich für ihn ich fand's geil Ja ich weiß nicht was ich dafür ein rating geben soll Vier und halb Weiß ich noch nicht momentan ich bin auch am überlegen Das ist so ein match wo ich mir jetzt wahrscheinlich irgendwann mal die tage mir das nochmal angucken werde nicht heute aber wahrscheinlich irgendwann mit die tage nochmal angucke Und dann vielleicht nochmal ein urteil abfälle weil das war echt richtig richtig geil Hat mir richtig spaß gemacht zuzuschauen und ich dachte nur so in dem moment so weil wie gesagt ich habe NXT live gesehen Es hat sich momentan gelohnt wird live zu gucken theoretisch hätte ich jetzt da abschalten können sagen okay die anderen beiden matches werden auch gut sein Urteil Urteil dass NXT Super ist bleibt bestehen Aber nein ich dachte ich guck weiter Dann hat man noch Mark Henry und Kevin Owens gesehen Former World Champions wenn man so überlegt Ja Mark Henry 2011 in der Hall of Pain Zeit und Kevin Owens natürlich 2016 Und dann kommen wir zum Co-Main Event und zwar das NXT Women's Championship Match zwischen der Championess Shayna Baszler gegen Carrie Zayn Und das Match fand ich auch ziemlich gut muss ich sagen war das zweitschlechteste Match am Abend Es hört sich so hart an wenn man sagt zweitschlechteste Match am Abend Oder Viertbestes Match am Abend Ich weiß nicht was besser sich anhört Viertbestes Match von 5 Oder zweitschlechtes Match am Abend Wenn man es schöner ausdrücken will muss man eigentlich sagen das viertbeste Match am Abend Aber ich denke ihr wisst alle wie ich es meine Ähm ja War Ein Gutes Match Schöne Story Hatten ja auch beim Mayan Classic Finale auch ein sehr sehr starkes Match gab meiner Meinung nach Und ja Wieder ein gutes Match Hat mir sehr gut gefallen Und ja Carrie Zayn holt sich den Titel nachdem Ja sie den Insane Elbow zeigen wollte Dann In den Choke gezeigt wurde von Äh Shayna Baszler und dann ausgekontert hat In einem Ähm Ja In einem Roll Up mehr oder weniger Äh also so die Aktion die Emma Moon auch gezeigt hat Hat wieder funktioniert Ähm Ja und Carrie Zayn ist neue NXT Women's Championess Und Shayna Baszlers Title Run ist vorbei Finde ich geil ich freue mich für Carrie Zayn Sie hat diese insane Elbow Sieht immer wieder geil aus Ich glaube der beste Elbow Job den ich je gesehen habe Der ist richtig richtig geil Ähm Ja Freut mich für sie Hat den Titel gewonnen Sehr sehr schön Und Ja Mal sehen wo der Weg für Shayna Baszler gehen wird Wahrscheinlich Main Roster Vielleicht baut man auch für die 4 Horsemen auf MMA Versus 4 Horsemen auf Äh WWE Ne So Richtung Evolution auf Mal gucken Ich bin mal gespannt Aber auf jeden Fall ein sehr sehr geiles Match Dann Dann Kommen wir Hier das Match War auch richtig richtig dark Hatten Eine eigene Story Gab viele Sachen die man mit reingebracht hat Das war natürlich brutal Äh es war spannend Und Tommaso Ciampa hat immer wieder gezeigt Warum der ein großartiger Heel ist Gargano der wirklich Nicht wie Johnny Wrestling gewirkt hat Sondern einfach so wie ein verbitterter Wrestler Der einfach versucht hat Einfach Jumper zu töten in dem Sinne Ähm Richtig 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 geil Äh man war da drin Ähm es war spannend Und dann hat quasi Johnny Gargano Einen Fehler gemacht Nachdem der Knee Strike Von Gargano gegen Ciampa Also Nicht geglückt ist Und dann gegen eine Box gelandet ist Und dann geflogen ist Und dann Ciampa so smart war Und dann Weil er halt Auf dem Apron Mehr oder weniger stand Oder auf einer Stage stand Einfach von der Stage runter zu gehen Und dann konnte er halt stehen Und dann hat er gewonnen War wieder mit Handschellen verteilt Also da hat man auch wieder was aufgegriffen Was ja Womit ja Ciampa quasi auch gewonnen hat Und jetzt hat er es wieder getan Und ja Ja Ciampa ist weiterhin Champion Hat den Titel verteidigt Gargano hat wieder Zu viel gewollt Einen Fehler wieder gemacht Und verloren Und Ja Teil 3 Teil 3 war wieder geil Match of the Night Johnny Gargano ist Wieder im Main Event Hat jetzt wie ich jetzt Richtig verstanden habe Oder richtig Merkt habe Er hat jetzt sein fünften Main Event gehabt Und damit hat er jetzt Die meisten Main Events bei NXT bestritten Also von TakeOver her Und ja Johnny Wrestling ist einfach Wahnsinn Tommaso Ciampa ist großartig Geiles geiles Match Hat mir richtig Bock gemacht Dieses Match zu schauen War Match of the Night Würde ich jetzt Pauschal jetzt sagen Wie gesagt Ich werde mir auch da Also über die ganzen Matches Selbst mir nochmal Gedanken machen In der Podcasts Ich werde nochmal ausführlicher Dem ansprechen Beziehungsweise auch da Das Star Rating auch sagen Und ja War geil Hat Bock gemacht Und Ja War spannend Muss man sagen Und das Ende war Ja gut War ein gutes Ende Fand ich Vielleicht Ich habe schon gelesen Das fanden viele nicht gut Ich fand es gut Muss ich sagen Weil man einfach gemerkt hat Johnny Gargano hat zu viel Er war zu wütend Und hat einfach aus der Wut Einfach Gemerkt Ah ne das klappt nicht so Und dann Ja in dem Sinne Missglückt Und Ciampa Der smart war Hat dann gedacht Komm Dann mach ich halt so Und dann gewinne ich halt In dem Sinne also Sehr sehr geil von daher Ja Hat es damit auch geendet Wie ein Gargano Verletzt Auf der Rampe Steht Äh sitzt Und ähm Ciampa Auf der Rampe Feiert Genau Ich habe vielleicht gedacht Alistair Black kommt jetzt Und attackiert Ciampa oder so Oder irgendjemand Debutiert jetzt Matt Riddle kommt Und attackiert den Ne das glaube ich Habe ich nicht gedacht Aber irgendwie so eine Art Aber was nix passiert ist auch okay Und damit endet dann NXT Und NXT war mal wieder geil Ich muss ehrlich sagen Es hat sich wieder gelohnt NXT zu gucken Und auch für gerade im Urlaub Wo ich momentan bin Hat sich das gelohnt Hat richtig Bock gemacht Ähm Ja Rating 10 von 10 wieder Also Hat wieder alles Das volle Rating Wieder NXT Und wir wissen alle Dass das den Summers Den wahrscheinlich nicht toppen wird Ich werde ihn auch angucken Äh Wahrscheinlich auch live Mal sehen wie lange Vielleicht sage ich auch Ich habe keinen Bock mehr Und schalte ab Vielleicht ziehe ich auch durch Und ähm Aber ich gehe momentan nicht von aus Dass ich da Eine Review hier machen werde Ich glaube das werde ich nicht machen Also Da habe ich irgendwie Also ich sag mal so Ich werde ihn angucken Klar Aber ich habe jetzt momentan nicht so Die Lust jetzt hier im Urlaub Jetzt wirklich eine Review zu machen NXT hatte ich tatsächlich Lust gehabt Ja komm NXT Mach einfach Hau raus Da hast du Bock drauf Darüber zu reden Ähm Und gerade diese Show hat es auch verdient Dass es darüber gesprochen wird Und ja NXT hat mal wieder gezeigt Warum sie so großartig sind Und sind momentan auf so einem super geilen Level Und ja Ich würde mal sagen Ich hoffe euch hat das Video gefallen Ähm Ist mal ein bisschen anders Wie gesagt Entschuldigung für die Audioqualität Wenn die jetzt vielleicht nicht so gut ist wie gewohnt Ich nehme es ja gerade hier auch von meinem Handy auf Die Audioqualität weiß ich nicht wie gut die ist Ich habe es auch noch nie getestet In dem Sinne Also für Aufnahmen in dem Sinne Klar Sprachnachricht schicken Oder Anderer Art nutzt man es schon Aber ich sag mal jetzt so Für Videos nutzt man eigentlich das Handy jetzt eher nicht Sondern Zuhause am Mikro und so weiter Aber hier habe ich mal was anderes probiert Mal sehen Ich hoffe euch hat es gefallen Ich hoffe die Qualität ist gut Schreibt natürlich eure mal in die Kommentare Wie ihr NXT fandet Ich würde jetzt gerne fragen Freut ihr euch schon auf den Summers Seid ihr gespannt und so weiter Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wann ich dieses Video hochladen werde Muss ich mal gucken Ich versuche es Zeit nach hochzuladen Wie gesagt sind bei mir ein paar Stunden vergangen Nach NXT Dann habe ich jetzt gedacht nehme ich mal auf Und ja Jetzt würde ich mal sagen genieße ich jetzt meinen Urlaub weiter Ich werde dann denke ich mal schnellstmöglich das Video auch mal schneiden Hochladen Und dann seht ihr das auch Und ich würde mal sagen Wir hörens beim nächsten Mal Haut rein Und Ciao